Menschen, die ich hasse, willkommen zurück zum Burnbook. Heute mit Leonie, die gerne Menschen ausnutzt. Wir waren zusammen in der 6. Klasse und sie war immer so nett zu mir, sie hat mich immer zu ihren Freunden dazugeholt, damit ich nicht alleine bin. Aber ich hab dann verstanden, dass sie das nicht umsonst gemacht hat. Ich bin immer morgens ins Klassenzimmer gekommen und sie hat schon auf mich gewartet, weil sie wollte, dass ich ihre Hausaufgaben mache. Sie wollte nicht einfach nur die Hausaufgaben von mir abschreiben, nein, 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 sie wollte, dass ich für sie die Hausaufgaben mache. Ich schreibe. Ja, ich hab's gemacht. Ich, ich, ja. Ich hab die ganze Zeit gewusst, dass sie mich ausnutzt und eigentlich mich nicht mag und das alles nur macht, damit ich ihr die Hausaufgaben mache. Aber irgendwie, ich wollte unbedingt zur Gruppe dazugehören. Ich wollte Freunde. Ich hab das eine Weile gemacht und irgendwann hab ich ihr gesagt, ich mach das nicht mehr. Ratet mal, mit wem sie am gleichen Tag noch die Freundschaft abgebrochen hat. Äh, mit mir. Am gleichen Tag, die Freundschaft war vorbei. Es war zu fertig. Wenn ihr Lust in Zeit habt, in meiner Story gibt es einen Spoiler zum 6.11.